Musik 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 So meine lieben Bootser, was hier aussieht wie so ein buntes Drogenlabor, sind feinste Aminosäure und Proteine. Wir testen gerade zukünftige Dosengetränke für Neosab. Das schmeckt sehr gut, wir haben schon ein paar Geschmäcker durch, jetzt kommen wir noch die letzten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.